Ach, Stefan hat abonniert? Nee, KV-067 hat einfach mal drei Subs gegiftet und sich selber eins geholt. Also krass, Tommy Yoke hat zwei gegiftet, dann kommt KV-067 und setzt hier einfach auf die Eins und den mit drei giftet. Warum auch immer er das tat. Oh, was ist das denn für ein Scam hier? Jo, geil, jawohl, ist so. Okay, neuer Versuch. Autostreckliche Stream. Hallo, Spawn-Rupe. Kevin hat die Halo gesagt. Liam ist wieder da. Willkommen zurück, Liam. Okay, scheiß auf die Münzen. Ich habe genug. Ich habe genug von dieser Runde. Okay. Oh. Das hat man nicht gehört. Ich glaube nicht, dass ich davon ausweichen kann. Oh, nicht euer Ernst hier, ne? Jetzt kann ich auch durchheizen. Okay, das heißt, ich muss so... Oh shit, das war nicht gut. Oh, ich habe es geschafft. 2D-Schub, dann Kugel-Willi. Ich glaube, den Mond haben wir sowieso. Jetzt kann ich auch runterfallen. Aber wir haben sogar noch mal drei Leben gekriegt. War ja ein Mond. Der Kugel-Willi will uns nichts gönnen. So, jetzt vorsichtig. Das Gesicht hat Puzzle gemeistert. Ja, ich habe ein bisschen... Also, ich nenne es mal Cheaten. Ich habe einfach das Gesicht aufgemalt. Am Bildschirm. Und das danach gemacht. Oh nein. Das wird nichts mehr, Leute. Okay, ich bin tot. VN067. War echt herausfordernd. Aber ich habe es gemeistert. Also, ich habe mir das einfach... Ich habe mir ein Bild... Einen Zettel an den Bildschirm geklebt. Und ich habe einfach nachgezeichnet. Also, ganz easy. Wenn du noch mehr Tricks, folgt mir einfach. Nein, Spaß. Doch, folgt mir. So. Rüber. So, jetzt sind wir ganz kurz safe. User left channel. User, Hugh, but I can't get banned because of taking Luigi. Super, du hast vorerst Gesichter... Wieso vorerst? Was kommt denn noch? Woher das Geld? Und seit wann kennst du Johnny? Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Ist so. Ja, genau. KVN067. Woher das Geld? Okay, das war gerade gut. Nein, gerade da, wo die Bombe kommt. Okay, den Mond haben wir schon. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Genau, vorerst auch mal noch ein Gesichter-Puzzle. Yay, ich freue mich. Bro, Johnny, du sagst, woher Geld? Du bei Jugga? Alles gut, lass uns nicht reden drüber. So. Da hoch. Oh, nein, ich hab die Bombe nicht genommen. Aber das sind keine Bomben. Wie soll ich da hochkommen? Nimm Geist, dann kannst du durch die Kugel-Wilis tanken. Ist so. Leute, wie? Wie sollen wir das hier machen? Hat eine Idee, wie ich da hochkomme, dem Stern. Ja, welchen Stern, du? Willst du doch scammen? Oder meinst du ernst? Ich hab keinen Stern gesehen. Wolle ich den echten Stern irgendwo übersehen, Leute? Geist und Goldpilz. Oh, Liam, ich werd grad echt gescammt. Und ich geh noch drauf ein. Ach man, ist das dein Ernst? Aber jetzt ist mir alles egal. Geist, bloß Goldpilz. Der Moment, als mir klar wurde, Liam scammt mich. Aber ganz kurz vorsichtig. Nein! Oh, weil die Sau kam. Harte Arbeit beim Zeitung austragen. Johnny wurde mir empfohlen auf YouTube wegen meinen Views. Okay, KV067. Das lassen wir mal so stehen. Liam, wieso scammst du? Ist so. Oh, Leute. Ich bin so schlecht. Okay, dann nochmal hin. Ach, alles gut. Erst das erste Mal das Liam scammt, glaube ich. Und das war zu spät. Musste ja so kommen. Finde ich unterhaltsam. Was findest du unterhaltsam? Das Spiel hier oder dieses Games? Schon DC-Bei getreten? Kein Zwang. Doch, Zwang. KV067. Trete dem DC-Bei. Nein, Spaß. Aber wär schön, wenn du vorbeikommst. Wäre schön, wenn du da hinkommst. Okay. Okay, krass. Kommt, nein! Nein, das war zu spät. Aber wir haben nur eingeschaut. Nein, das schaffe ich nicht. So, jetzt aber. Okay, einmal durchlatschen. Einmal hochgeklätscht und den Fake-Mode gekriegt. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt muss ich schon langsam in die Pusche kommen. Oh, das wäre knapp gewesen wieder. Nein, leider sind die Links abgelaufen. Wir haben nur auf YouTube, nicht auf Twitch. KVN. Also, die auf YouTube, ja. Komischerweise, obwohl ich die schon aktualisiert habe. Aber nicht die auf Twitch. Also, du kannst gerne hier reinkommen. So, Leute, wie jetzt. Ich komme da nicht hin. Das ist doch... Verarsche. Ne, leider findet mein Dissidien Link nicht. Hey, jetzt klicke ich aber selber nochmal drauf. Einmal auf. Und ich bin auf dem Channel. Also, super leid, KVN. Aber das läuft über den Link. Das funktioniert. Wieso sieht das aus, es wäre Mario ein Affe, wenn er sich bückt und währenddessen hüpft. Ja, weil das das alte Mario ist. Du kannst über die Block einfach spawnen. Ruh, Bildern, ernst? Aber ich weiß sonst nicht, wie ich. Einfach rüber, ja, ist klar. Ja, genau, KVN. Wie heißt es auf DC? Hm. Er macht ja einfach ein Gener. Okay, da mal. Ey, ey, ey. Nein, du Junge. Alter, Leute. Okay, wir sind drin. Aber ich bin gespannt, ne? Ich habe keinen Plan, wie wir das machen sollen, ne? Hat irgendjemand eine Idee? Ich dachte, es geht, try it. Kann man beim Reaction-Channel auch Ideen reinschreiben oder nur Clips-Video reinschicken? Ne, nur Clips oder Videos, also nur das. Ich denke, kann man woanders reinschreiben. Kloppt auf einmal auch einen Channel. Ging am alten Ness auch. Ja, als ob das genau das Spiel ist aus dem alten Ness. So einen alten Ness habe ich auch gespielt. Also alles gut, Spawny. Als ob genau die Version, diese Runde hier da ist. Ich muss ein bisschen mehr laufen und Anlauf nehmen wahrscheinlich. Okay, komm, wir gehen auf Leben. Keinen Bock, das gleich zu schaffen und dann von irgendwas zerstört. Okay, das war's mit Leben. Ah, das war knapp. Okay, soviel zu. Wir gehen auf Leben. Oh nein, wieder platt. Nimm einfach Wolke von Lakitu. Ich glaube, sieh sie. Nimm einfach Wolke von Lakitu. Ich habe das schon gelesen. Doch ist das Vertrau. Ja, ich mache auf jeden Fall. Aber ich muss laufen. Das habe ich eben halt nie getan. Und das Geräusch eben, habt ihr das gehört? Die Bremse. Und wieder zu früh. Wie kommen wir da eigentlich hin? Naja. Leben. Lauf, Johnny, lauf. Ich versuch's schon. Okay, da rauf, da hin und bam. Wir sind drauf. Kein Problem, du bist willkommen. Ja, Kaffee, bist du? Dann bitte einfach drüber, aber sprinten. Ja, ach, Spawny. Was glaubst du, was ich gerade gesagt habe? Ich habe doch gesagt, ich muss sprinten. Habe ich vorher nicht gemacht. Ich lauf rüber. Ich habe vorher halt nicht gesprintet. Jeder ist willkommen. Ja, ist so. Jeder, der gerade zuguckt und einfach nur den zusieht selber, also so den Spanner spielt, der kann gerne in unseren Discord-Channel kommen. Jetzt hat jeder Sub außer ihr auf Spawny. Das klingt so gebettelt. Alles gut. Und jetzt hat nicht jeder Sub gekriegt. Oh shit, jetzt scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach durch. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, wir können es trotzdem. Oh, KVN, dein Ernst? Musst du doch nicht. Das ist alles gut. Er haut einfach raus. Bonnie. KVN haut echt einfach einen Sub raus. Nein, ich wollte mir den holen. Ja, alles. Ich habe nicht aufgepasst. Das Sub hat mich jetzt verwirrt. Oh, KVN, musst du doch nicht. Dankeschön, aber lass doch. Alles gut. Danke für deinen vierten Gifted Sub. KVN, musst du nicht. Alles gut. KVN einfach in Spendermodus. Alles gut, hier. Oh Mann. Aber jetzt ist gut, wirklich. Lass das sein. Alles gut. Also ich meine es gerade richtig, richtig ernst. Lass es gut. Alles gut, hier. Ach, Digga, ich habe gar nicht gemerkt, dass du streamst. Ach, hat Discord doch nur angekündigt. Und ich habe es auch angekündigt. Nein, alles gut, Lam Lam. Schön, dass ihr bist, Lam Lam. KVN im Gunner-Mode. Ist so. KVN neuer Schmidt-Kapper. Alles klar, läuft euch. Hi. So, ich versuche mal rüber. Das musst du nicht. Ist so. So, wenn wir die Münzen einsammeln. Okay, ich habe jetzt echt keinen Bock drauf. Ich habe echt keinen Bock, da hinzulaufen. Wir versuchen es. Ich nehme keine Münzen mit, auch wenn wir die jetzt zufällig gekriegt haben. Dazwischen durchspringen. So, jetzt sind wir hier. Das ist schon mal gut. Immer schön mittig halten. Jetzt gehe ich rüber. Alles gut, Spawn. Oh, er sagt auch Spawn, so wie ich. Vielen Dank. Er sagt einfach auch, Spawny. Spawny, siehst du, dein Name wird langsam Fame. Ich finde es nice, hier auf Twitch immer neue Leute kennenzulernen. Ist so, finde ich auch schön. Das macht auch echt Spaß hier, muss ich einfach sagen. Und ist so. Wie heißt eigentlich Johnny's Community? Hä? Wie meinst du? Okay, ich bin durch. Ich habe es geschafft. Ich mache noch kurz diesen Gift, den du wolltest. Bis gleich. Achso, Lam Lam. Alles klar. Dankeschön. Vielen Dank. Spider-Cent. JG. Achso, meint ihr das? Ein Clan-Tag. Ja, genau. Der ist JG. Wenn ihr CT eintippt, dann seht ihr das auch. Dann seht ihr den Clan-Tag. Aber wieso war das? Das war es nicht eben näher dran, irgendwie? Naja, was soll's? Das kommt jetzt gleich mit näher dran, ne? Oder irre ich mich? Genau, Liam, danke. John-Unity. John-Unity. Oh, mess ich wollte da oben auf. Das war so schlecht von mir. Und der hätte mich jetzt auch mega gut getroffen. Aber den habe ich getroffen. Okay, weiter geht's. Q Buttercat. Ja, ist so. Geht da hoch. Und dieses Mal. Was noch von der Seite getroffen? Echt heftig. Wann ist Kaffeein dazugekommen? Vielleicht von einer halben Stunde oder Stunde? Ach, warte mal. Das kann ich ja sehen. Na, jetzt muss ich ganz schnell gucken. Vor einer Stunde ungefähr. So, jetzt bin ich hier. Leute, ich kann das ja einfach durchlatschen, ne? Was ist das denn für das Game? Okay, jetzt Geschicklichkeit und Zeit. Okay, ich hab's geschafft, Leute. Aber was dann schon vier Sub-Subs? Ja. Die Gurkenbude ist mit dabei. Leute, was geht jetzt denn ab hier? Servus, mein Beste. Ja, Mario ist hier. Endlich ein Spiel, in dem ich ein absoluter Schwitzer bin. Mit meinem Speedrun. Ja. Was erzählt? Zwei Stunden irgendwas, ne? Bin heute das erste Mal auf Twitch. Dabei schaue ich aber schon seit ein paar Tagen auf YouTube. Achso. Danke, KVN. Dankeschön. Oh, ein Gegenteiltag. Okay, jetzt wird's böse. Everyone's Service. Schön, dass du dabei bist, die Gurkenbude. Leute, ich hab grad keinen Bock, ne? Oh shit, wie soll ich jetzt einfach springen? Oh nein! Hier ist auch nichts zum Retten. Muss ich jetzt echt mal vorne anfangen? Ja, ich hatte zwei Stunden 39. Oh nein! Okay, neuer Versuch. Wenn Johnny mal Smash spielt, kann ich euch coachen. Super Smash Bros. Wird auch kommen. Aber wie gesagt, ich kündige dir noch was an. Es kommt noch irgendwas. KVN, Ehrenmann. Zwei Stunden 39, Alter. Aber nicht 100%, ne? Nur die Story durch, oder? Gurkenbude? Nur Story wahrscheinlich, ne? So, einmal schnell durchlaufen. Okay. Das haben wir geschafft. Jetzt muss ich zusehen, dass wir da gleich weiterkommen, vernünftig. Ich geh da mal... Okay, ich geh da nicht rauf. Ach, Leute. So. So, weiter geht's. Sorry, dass ich grad nicht auf den Shit eingehe. Ich mach das gleich, wenn ich hier raus bin. Bin so ein bisschen in Zeitnot. Wer um 7.59 Uhr zur Schule aufsteht, kennt das Feeling. So. Jetzt aber schnell. Keine Zeit verlieren. Okay, das geht einfach... Wir hätten auch einfach so laufen können, ne? Ich bin aber auch eine Intelligenz-Bessie. So, Alter. Wir haben ein bisschen Zeit gerade rausgeholt. Okay, wir sind safe. Okay, mal gucken, was hier noch so ist. Habt ihr von dem Stinker die Locksagen-Challenge mitbekommen? Ne. Cock. Oh, Junge. Ich versuch gerade verzweifelt einer der schwierigsten Spin-Runs. Guten. Okay. Und einmal eine Crossing-Speed-Run. Äh, ne? Hä? Ja, Story. Aber 100% auch mal gemacht. Ja, okay. Aber Story, ne? Soll ich mich auf Twitch Grittyman oder Nightmarione mit dem passenden Profilbild nennen? Ach, Leop. Coole Idee. Aber mach, was du möchtest. Ich sag nichts rein, aber coole Idee. Äh, bitte sie nicht böse. Ich besitze das Spiel nicht. Oh, Hust, Hust. Hab ich doch gesagt, dass man das kann. Ja, Spawny, du hast aber nicht gesagt, dass er einfach rüberrennen kann. Ich, also... Ja, schon. Egal, alles gut. Alles gut, war ein Joke. Aber nein, muss noch 28 Tage warten. Worauf denn? Liam, worauf? Worauf, Mr. Greedy. Lieber Johnny the Goat. Oh, das war aber Leon. Okay. Da rüber. Oh, was ist das denn für ein Level? Sind die irgendwie krank oder was? Okay, wir sind hier ein bisschen safe. Ich weiß grad gar nicht, wo wir lang müssen, ne? Okay, hier... Nein! Da war eine Röhre, hab ich gerade gesehen. Nein! Ach so, um den Abendszettel. Okay. Shit. Aber wir kommen immer näher. Okay, wir kriegen das noch hin, Leute. Dass Leute in Odyssey spielen jedes Mal, wenn ich sterbe, starte ich das Spiel von neu und B für nein. Okay. So, Kugel will die wegsmaschen. Okay, hier vorstellen, da kommt er nicht raus. Das war schon mal gut. Jetzt kommt keiner mehr von hinten. Das war ja auch eklig. So. So, hoch. Oh nein, das war knapp. Okay, alles richtig gemacht bis jetzt. Okay, das sieht schon mal richtig gut aus. Wir haben noch drei Leben. Hoch, da kommt was von hinten. Okay, wir sind drüben. Nein, wenn sich keiner mehr meldet. Hä? Sorry, ich gucke gerade, dass ich hier durchkomme. Okay, direkt mal. Oh, ich muss aufpassen, dass ich zu weit hoch springe. Jetzt aber schneller. Jetzt habe ich nicht so viel Zeit wie eben. Aber sieht ganz easy aus, ne? Weh. So, Leute. Ich lasse doch keinen Zuschauer im Stich. Richtig so leben. Finde ich gut. Das ist ein Mod. Der es mit ganz viel Liebe macht. Also, das hier. Nicht falsch verstehen mit Liebe machen. Nein. Aber zum Glück haben wir noch zwei Leben. Okay. Diesmal gehe ich da lang. Ich gehe erstmal hier lang. Ich glaube, ich könnte auch da unten so hin. Ich weiß gar nicht, komme ich so da wirklich hoch? Wieso bin ich da rausgefallen? Das kann es doch nicht sein. Oh, gestern hatte ich eine Story. Wir waren Sportfest. Und wir als Sonnys mussten zum Schluss ein RTW holen wegen Atemode. Und zu dem Zeitpunkt war das Fest vorbei. Und knapp 1400 sind dann RTW entgegen gelaufen. Wir mussten die dann darauf hinweisen, dass sie bitte an den Rand gehen sollen. Okay. Auch nicht schlecht, Leute. Hä, was war... Es hat einfach jeder auf Nein gezippt. Und es war nur... Okay, alles klar. Alles klar, ich sag nichts mehr. Okay, Sporni, heftig. Nee, bist du auf den Feindern. Mit Liebe machen? Ah, ja, Johnny. So. Ganz lieber habe ich doch nur gesagt. Was soll das denn jetzt? Was ist das für ein Scam, Buttercat? So, was? Ich weiß auch nicht, was ich hier... Gut, dann mache ich jetzt Siri-Entscheidung wegen Unentschieden. Ja, für 1, 2, für Nein. Alles klar. Da will einer nicht auf den Chat hören. Nein, Spaß.